Morgen ist Matchday, Elfersberg, Nürnberg. Wir haben zwölf Uhr. Ich muss gleich noch meine Tabletten rein. Ich will jetzt mal was anziehen. Ich war jetzt startbereit für den Friseur. Ja, Haare bekomme ich ja dort gemacht. Let's go. Ach so, jetzt hatte ich was vergessen. Alexa, ciao. Ciao, Kakao. Yep, ab geht's. So, jetzt geht's endlich zum Friseur. Mir doch mehr nötig. Let's go. So, weder plant und fresh. Moment frei. Ja, und wir machen da weiter, wo wir im Pokal aufgehört haben. Wir treffen das Tor nicht. Und Bayern liegt einfach mal 3-0 gegen Frankfurt hinten. Ein Gruß geht raus an den Instagram-Account Pilzköpfe und Tour, die Elfersberg und Bochum sind. Und ja, Grüße gehen auf jeden Fall raus. Das war's von mir heute. Ich, keine Ahnung. Wir sehen uns. Guten Morgen. Es ist Matchday. Elfersberg gegen den 1. FCN. Ja, ich wollte eigentlich meine Jacke anziehen, die ich seit, keine Ahnung, Stunde suche. Wir haben da drei Jacken. Drei Jacken auf einmal. Muss ich nicht kapieren. Aber Hauptsache, ich hab sie. Genau, die Jacke hab ich gesucht. Und gefunden. Hinten dran ist die Freiwildjacke. Ich hab sie. Ich hab die Jacke. Achtet nicht aus meinem Zimmer. Könnte besser sein. Also, ich wünsche euch allen einen schönen zweiten Advent. Was meint ihr, wie wird das Spiel ausgehen? Ich tippe auf ein. Drei, zwei, eins. Also, ich geh mir davon aus, dass wir besser spielen als gestern meine Wölfe. Auf jeden Fall. Da werd ich jetzt sagen. Ich werd jetzt gleich fahren. Und, ja. Auf einen Sieg. Wir sehen uns. So, angekommen. Jetzt gleich noch zum Shuttlebus. Und, ja. So, wir sind angekommen. Und ich glaub, das ist der. Das war der letzte Bus. So, noch 16 Minuten. Ich hab's gerade so noch geschafft. Das war der letzte Bus, der gefahren ist. Wow. Da ist schon mal ein Like da. Das ist das letzte Video. Und das letzte Einspiel. Der Hinrunde. Das heißt, das letzte Spiel des Jahres. Also, auf meinem Kanal. Das ist das letzte Spiel des Jahres. Und das hat ganz viel Spaß gemacht. Das ist das letzte Spiel des Jahres. Das ist das letzte Spiel des Jahres. Das ist das letzte Spiel des Jahres. Und, ja. Und, ja. Sauber! Schuss! Nein! Nein! Du kannst den doch nicht so frei... Die können den doch nicht so frei laufen lassen. Lass ihn nicht schießen! Nein! Wir dürfen jetzt ernsthaft Klopapier ab. Warum? Muss man nicht vorstellen. Fünf Minuten Nachspielzeit. Wahrscheinlich werden die ganzen Unterbrechungen... Was für ein scheiß Fehlpasst, Junge! Wie kann der dich machen? Gut für uns! Wir haben schon wild erlebt. Wir waren in 40 Jahren schon hinter Francisco. Haben's frisch geklappt. Und dann die Leitmisch ist. Und wenn's um Zahlen ging, da waren wir weg. Nee, nee, das tun wir nicht vom TNCG. Also, Flüsse gehen auf jeden Fall raus. Jetzt... Spiel! Abschluss! So geht's! So geht's! Sau stark pariert! Sau stark pariert! Frau Martina! Wir drücken jetzt auf das 1-0. Wir drücken jetzt auf das 1-0. Was Martina da rausfischt. Jetzt liegt noch Christian Martina. Also... Es ist ein Spiel... der Verletzungsunterbrechenden. Nee! Da steht er wieder da! Jep! Martina muss raus! Hä? Hat der Handschuhe dabei? Nein! Es geht ab! Na jetzt aber! Nach geführt... Keine Ahnung, wie viele Minuten... Ich hab' mir auch näht, er wäre hingewickt. Oh! 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 Man muss aber jetzt noch was kommen... bei uns... Auf geht's! Jetzt muss ich schnell gehen! Ja! Okay, 8 Minuten Nachspielzeit. Das heißt, es besteht Hoffnung. Bitte. Lass es bitte nicht schämpfen. Wie gestern bei Wolfsburg. Bitte nicht. Das ist ein Blutson. Abschluss! Geht vorbei! Das ist so bitter. Wie gestern, Wolfsburg 0.1 verloren. Wie gestern. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben. den Abos meschen. Und dann sehen wir uns... nächstes Jahr wieder. Bis dann! Besinnigtes Jahr! Und startet gut rein! Ciao, ciao! Also... Ich wünsche euch... ...neurer Familie... ...trotzdem... ...besinnliche Weihnachten! Tschüss! Tschüss!